Hallo YouTube! Herzlich Willkommen zu einem weiteren Part von Fallout New Vegas. Können wir eigentlich mit ihm reden? Piepsende Geräusche? Nein, können wir nicht. Ach, Mutitolze, ich will was versuchen. Start, Taktikinterface öffnen, Kampfinterface öffnen, Fernkampf, Aggressivstufe, schließen. Gefolgsleutprotokoll terminieren? Was? Auslaufen. Nicht, dass wir irgendeiner missbauen und er sich selber terminiert. Ja, was haben wir denn vor? Ich glaube, wir müssten zurück nach... Nippten. Nicht Nippten. Mr. Radical Journal, Notiz zu aktiven Aufgaben. Achso. Ah! Stealth-Boy-Versand-Update. Webkom-Interne-Korrespondenz an... Achso, das haben wir ja schon. Dass die Stealth-Boys weg sind. Okay, was ist das? Ah, Mr. Radicals Journal. Tag 1. Aus. Der Anzug ist genial. Kann jetzt übersammeln gehen. Auch wenn es vor Red Dot wimmelt. Häme taufe ich mich auf den Namen Mr. Radical. Kapiert? Ha! Tag 4. Anzug hat erst Test mit Bravour bestanden. Nächtlicher Besuch Yuka Mountain. Bin nicht zu tief rein, weil sich weiter hinten im Tunnel etwas groß bewegte. Red Level hoch. Selbst da, wo ich war und ich habe nichts davon gemerkt. Fein gemacht, Strahlenanzug. Tag 5. Ganzen Morgen gekotzt. Nichts davon ging auf den Anzug, sonst wäre ich echt sauer. Habe wohl das Falsche gegessen. Tag 9. Wie aufregend. Alte Frau mit Altmetall-Lager entdeckt. Verlumpige 50 Kronen leuchtenden Behälter erstanden. Bin jetzt unterwegs nach Clarkfield, um Anzug bei höheren Red Level zu testen. Wenn er Stand hält, öffne ich diesen Bottich mit der Pampe drin und schütte mir das Zeug über den Kopf. Ich wette, ich könnte sogar drin schwimmen, wenn ich genug davon hätte. Au, ja. Ach, das ist da der Typ, den wir da... Ja, aber... Da sind sie lang. Ausgeworfen und die Gefangenen befreien. Die sind ganz da unten. Was ist hier? Bolfern Ranch. Rancher Station Charlie. Röcken. Rnk, you see, Verrufen. Verrufen. Lutbahnhof. Coyote Bau. Nipton. Mojave. Mojave. Outpost. Station der Neval Highway Patrol. Prim. Canyon Frack. Wo ist denn Novak? Novak ist hier. Novak vergöttert uns. Helios One gemieden. Ja, ich habe da einen Fehler gemacht. Aber ich würde sagen, wir gehen mal nach Novak zurück. Äh... Vielleicht sind da noch ein paar Leute, mit denen wir reden können. Oder so. Gehen wir mal hier rein. Dino Delight Empfangsschalter. Okay. Hallo. Hallo. Jenny May. Hoffentlich entspricht alles Ihren Wünschen. Erzählen Sie mir mehr über Rapcam. Kann ich mich mit Vorräten eindecken? Ah, okay. Ich will mich an einen Mann namens Benny rächen. Und brauche jemanden, der mich in Schuss hält. Wie könnte ich nach allem, was Sie für die Stadt getan haben, Geld von Ihnen verlangen? Das Zimmer geht aufs Haus. Ihr Zimmer ist oben, in Richtung der Lobby. Hier ist Ihr Schlüssel. Lassen Sie es mich wissen, wenn ich Ihren Aufenthalt angenehmer gestalten kann. Oh. Ach, das ist das Zimmer, wo wir... Wie komme ich möglichst schnell raus aus... Nein. Hüten Sie sich vor Fremden. Okay, danke. Ist ja sehr nett. Ah, guck mal da. Ah. Wir haben hier ein... Ein Dings da. Ein Spezial. Das ist leer. Ein Spezial. Hallo. Ja, hallo. Kommen wir von hier aus nach Goodsprings schicken. So. Hier war doch irgendwo eine Tür, die verschlossen war. Aha. Home, sweet home. Teddy Bear. Und Korken. Teddy, lass mal liegen auf dem Bett. Sitzen wir mal nicht. Was habe ich hier Schönes drinne? Leer, leer. Safe ist auch leer. Oh. Ne, ich bitte... Hundefleisch. Lebo ein bisschen. Schmutziges Wasser. Okay. Da müssen wir nicht alles mitschleppen. Ich wollte jetzt nur... Da ist nichts drinne. Wert 1. Haben wir was im Kühlschrank? Haben Sie mir was reingebracht? Oh. Aluhol verkaufen wir alles. Komm. Mir drin hat kein Aluhol. Paar versenkte Bücher. Okay. Komöde. Schmutzige, legeere Vorkriegskleidung. Okay. Was haben wir hier? Sind schon wieder überladen. Fängt ja gut an. Fünf Retney. Fünf Retney. Fünf Retney. Was haben wir hier Schönes? Rüge Hand und Stimpack. Der Spritze lasse ich drinne. Ich wollte mal die Kleidung anziehen. Eine Schere-Kleidung? was ist? A-ha. Aha. So und... Oh je. Schön ist was anderes, ne? okay Kleidung packen wir wieder weg nein ich wollte nicht mit dir reden geh doch mal aus dem Weg packen wir wieder die Kleidung ein so das heißt wir können ja verkaufen was ist ein bisschen lass mal okay sind überladen haben wir nicht ein Buffout gehen wir mal schnell verkaufen bei dem Typen da wenn sie ein Feind der RNK sind dann sind sie auch mein Feind ich muss irgendwas für die RNK noch machen damit wir gut gestellt sind willkommen zurück was kann ich für sie tun ich würde mir gerne mal anschauen was sie so verkaufen sicher schauen sie sich ruhig um ein Bier behalten wir mal weil das glaube ich auch mit Stärke was zu tun hat Hundefleisch ja okay da habe ich jetzt drei Stück von überleben plus 10 Jet hier mal ein bisschen brauchen wir ich wollte die ganzen Alkoholsachen weg ja Mente ach okay Psycho ach ja hier dann was noch ruhige Hand haben wir sogar vier Stück aber aber ist das generell oder nicht Scotch Stealthball behalten wir mal davon verkaufen wir auch mal vier Stück oder fünf wie schaut es denn mit unseren 20er gang nur noch neun davon nur noch ach so 5,56er aber wie kann ich die denn auswählen den kannst du haben oh Plasma Defender ist aber nett was haben wir denn noch was soll ich brauchen das behalte ich Akku Jagdrevolver oh der ist eigentlich gut Schaden 31 Lasergewehr ja behalten wir auch mal MF-Zellen E-Zellen E-Akku behalten wir auch das auch das auch ich spüße dann den ganzen Rahmen so ein Granatengewehr behalten wir weil ich weite Machete nicht weite Machete verwitterte 10 mm behalten wir auch sonst Cherry Bomb was ist Cherry Bomb keine Ahnung das sind alles Hülsen die muss ich auch mal wieder lagern und das hier weiß ich nicht wie wann wie wo kann ich das mal aber das ist glaube ich Kleinkaliber oder so gewehr auf Wiedersehen kommen sie bald wieder vorbei ja ich werde jetzt die Hülsen alle lagern gehen was hast du eigentlich noch bei dir im Inventar oh gib mal her den können wir verkaufen wir können alles verkaufen Mensch ich hätte verkaufen gehen sollen ich habe es total vergessen gib mal her den behältst du den behältst du auch das nehme ich dir mit das auch das lagern wir hier äh ja dann gehen wir nochmal rein und ich hätte dann noch ein bisschen was willkommen zurück was kann ich für sie tun äh ich würde mir immer gerne anschauen sicher schauen sie sich ruhig um aha so ich habe für dich die hier dann die und ansonsten eigentlich nichts mehr ja ich würde noch ich würde noch ich weiß nicht wofür der gut ist den behalte ich mal so und auf Wiedersehen kommen sie bald wieder vorbei ja wenn du wieder Geld hast komme ich vorbei ich bin überladen macht nichts wir gehen in unser Quartier und lassen dort die ganzen Hülsensachen schade schade mit der Boone der will mit uns nichts zu tun haben wir gehen gleich nochmal ganz hoch zu dem der Tagdienst sagt wie hieß er noch Money Vegas ja schleich schleich und wir können ja mal zum Außenposten Charlie gehen waren wir da eigentlich schon ich weiß es gar nicht so irgendwie noch ein paar Aufträge von der RNK bekommen damit sie uns wohl gesinnt wie da sind so packen wir es im Koffer nein packen wir hier rein so Cherry Bomb ich weiß nicht wofür das gut ist lass mal eins hier das lass ich alles hier das sind ja alles leere Hülsen aber die haben ja auch gar kein Gewicht aber trotzdem lass ich auch mal hier aber warte Moment Moment haben die Gewicht ich nehme noch die mit Lackierpistole lassen wir das lassen wir hier das den lassen wir hier Pulvergewehr keine Ahnung Pulverpistole Sensor Modul die Stromleitung lassen wir hier und Wunderkleber irgendwas müssen wir noch hier lassen ja ja blablabla du kannst mir das Blei geben das können wir hier lassen das nimmst du mit alles damit ich immer was dabei hab Strahlenschunkraum Anzug das war auch hier und du nimmst noch von mir zu einer Granatenwerfer der ist sehr schwer dann 6x7 okay HCW Laser E-Akku hab ich ein bisschen E-Zellen hab ich auch noch ein bisschen Lasergewehr hab ich genug Munition für Jagdrevolver hab ich gar keine Munition ne das nehm ich mit nehm ich nicht mit ähm lager ich Dienstgewehr haben wir noch Schuss der hat immer Schuss davon hab ich keinen Schuss dann nehm ich die auch gleich in die Tonne nehmen wir das das kannst du erstmal behalten die Sachen kann es mir geben so dann ist Ede mal ein bisschen leer und wir können später eben noch mehr wieder geben wenn wir was gefunden haben als ich hab keine Munition dafür für den auch nicht davon haben wir noch genug HCW okay wir nehmen mit wofür wir Munition haben eigentlich Nahkampfen ja okay lassen wir mal nehmen wir mit dann Schaden Dingsabumster sieht nett aus lassen wir hier das lassen wir hier das lassen wir hier dann sonstiges Blei lassen wir alles hier Cherry Bomb lassen wir auch hier für was auch immer Flammenbrennstoff lassen wir auch hier Kaliber 20 Patronen Mikrofusionsbrüter I have no idea oh die haben aber ganz schön Gewicht da ich hab ja hier noch sonst noch was gut dann gehen wir noch mal kurz mit dem Typ Marimani irgendjemand noch einen Auftrag von uns hat hallo da ist was verkehrt gelaufen so viele so viele okay dann ja lassen wir das gehen wir einfach mal hier hin nach oben mal sehen ob der noch was zu sagen hat was geht alter äh warum sind sie mit Bohnen zerstritten seine Frau und ich waren selten einer Meinung wir hatten ziemlich oft heftigen Streit eines Tages ist sie verschwunden und seitdem hat er kein Wort mehr mit mir gewechselt ach ja sonst auch nichts Neues ja bis bald bis bald gut Bohnen ist mit uns auch zerstritten wir müssen mal schauen ähm dass wir gerade dann gehen wir doch einfach mal Verlassung Bruderschaftsbunker Camp Forlorn Hope gehen wir doch mal dahin vielleicht kriegen wir dann auch einen Auftrag oh was passiert ist hier jemand der vielleicht Lust hat uns den Auftrag zu geben man sollte sich auch nicht so blöd vor die Tür stellen hallo sie sind zurück was ist los alles ruhig im Moment Ranger Bowman hat das Kommando aber er führt gerade eine Patrouille an wir sehen uns ja Ranger Bowman stimmt hier war das mit der Medizin hier war ja was machen wir denn dann ist ja öde hier gehen wir wieder wie ich den Ausgang finde gut erkunden wir ein bisschen die Gegend oder müssen wir jetzt unbedingt die Story weitermachen ich habe eigentlich Lust auf Gegend erkunden ich würde ja der Bunker interessieren Novak vergöttet uns Bunker Camp Fallout können wir noch was hier machen gehen wir nach Helios Wann einmal vielleicht lebt da noch jemand was wie wo warum was soll das das gefällt mir aber gar nicht warum sind die denn hier ich habe die NK umgebracht und die sind aufgetaucht na toll schöner Mist geh mal rein weil wir haben ja was gemacht und der Verrückte da wo ist ja was gibt es denn hier ach das hatten wir schon kann ich erst Ihnen sagen das hatten wir alles schon leer 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 gut wo waren denn die Typen gibt es hier noch was zu holen leer leer jetzt können wir hier sauberes Wasser trinken okay ich weiß mir wird was angezeigt das ist halt neue Mission aber ich wollte gucken ob die Typen da sind bei den verschissen auf eine Art achso na denn sieht alles gleich aus von da sind wir gekommen weiter geht's leer 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 wo ist denn der verrückte professor war da nicht irgendwo hier war da nicht irgendwo hier leer 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 hier hier hey man hey man andere Länder hey man andere Länder Mist die sind jetzt legion kriegen nichts da sind das die sind aber dann nehm das ist der weg auf oh neaa Neee! Oh nee! Oh Mist! Wir bringen die Lüsen jetzt um. Neee! Das hier fällt mir überhaupt nicht. Und ich kann nichts mehr daran ändern. Kann ich die Dinger nicht nochmal einschalten. Und damit die Lüsen wegpusten. Hm. Ärgerlich. Aber vielleicht klappt das ja nochmal. Wenn ich den Weg dorthin weiß. Und wer mich kennt weiß, dass ich es nicht weiß. Ich muss mal Licht anmachen. Lichtdose. Da haben die das hier übernommen. Das gefällt mir überhaupt nicht. Na toll. Ich weiß auch nicht mehr, wie man da hingekommen ist. Mist. Verdammt. Wir laufen nur im Kreis. Ja. Das ist nur Kreisverkehr. Ja. Gehen wir da. Dann gehen sie... Neee. Warte. Dann gehen wir mal. Das bringt alles nichts. Ach komm. Gehen wir. Wir werden... Mal schauen, was wir machen können draußen noch. Ja. Ja, ja. Du mich auch. Huch. Na. Huch. Okay. Andersrum. Ja, ja. Trink mal auf deine Vault-Flasche. Ja. Haben wir ja weder nicht viel gemacht. Aber es ist ja auch kein Action-Spiel. Kam ich jetzt da rein? Überhaupt nicht, oder? Doch. Durch einen anderen Ausgang irgendwie. Aber ist mir wurscht. Wir werden nämlich jetzt... Mir vorgenommen. Can fall on. Hope. Ja. Aber hier... Ja. Da gehen wir hin. Und... Na. Die Aufgaben... Machen wir erstmal... Kann man die nicht aufheben? Ach, ist mir doch wurscht. Wir wissen, dass wir die dort folgen müssen. Aber das machen wir im nächsten Part. Und... Ich würde sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Daumen hoch, Countdown-Tipps und Tricks wie immer. Würde ich mich sehr darüber freuen. Und wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis dahin. Adios. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin.